Schaut euch an, was heute krasses passiert. Herzlich willkommen zur nächsten Challenge. Ich habe was richtig Lustiges vorbereitet und diesmal auch was Vernünftiges. Und zwar, wer möchte sich von mir und Cheyenne eine Kaltwachsstreifenbehandlung verpassen lassen? Ich war einmal beim Waxing und nie wieder. Das hält zwar lange, tut aber Schweine weh. Das schafft keiner von den Großmäulern. Also wir werden euch die Beine wachsen, den Intimbereich und die Achseln. Aber das ist doch voll unfair uns gegenüber. Unsere Haare sind doch viel fester. Vor allen Dingen die im Gesicht. Und ihr wollt's damit wirklich an den Kragen? Das stell ich nicht so an. Okay, Deal-Vorschlag. Wenn ihr gewinnt, dann ist es nur ein Unentschieden. Aber wenn einer von euch das komplette Ding durchzieht, dann gibt's doppelte Punktzahl. Und somit habt ihr dann gewonnen. Ey, Jungs! Ich bin safe, wenn ich mach's. Mir ist auch noch schlecht von gerade, sonst würd ich's auch machen. Ich hab ne Wachsalergie. Warte mal, da bleibt noch einer übrig. Marvin! 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 Aber, ey, erst mal ganz vorsichtig im Schieben. Jawohl! Jawohl! Geil! Okay, erst mal. Uh! Wie ist der Unterhose? Time! Okay, ich weiß jetzt 20 Euro, dass du dich mal ein Bein langkommst. Moment, Moment! Und ich wette nochmal 20 Euro, dass er es schafft. Okay, drei, zwei... Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet um 17.10 Uhr RTL 2 ein. Und vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren.